Ja, schönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Bei mir ist es 2.37 Uhr, ich befinde mich in meinem Arbeitszimmer und ich werde euch jetzt eine sehr anrührende Weihnachtsgeschichte vorlesen. Aus meinem Buch Sind Sie frei? Mit dem Takt, die zwischen Rock und Reeper waren. Ich bin nämlich auf dem Höhepunkt meiner künstlerischen Karriere Anfang der 80er Jahre, als ich alle Bands und Theater um mich rissen, in Hamburg Taxi gefahren. Ich hätte dabei auf den Rat meiner Mutter hören sollen, die mir sagte, Junge, wenn nichts mehr läuft, fahr ruhig Taxi, aber nimm bloß keine fremden Leute mit. Das Schöne und gleichzeitig das Erschütternde an dieser Geschichte, die ich euch nur vorlesen werde, ist, dass sie wahr ist. Weihnachten 1984 Die vielen betrieblichen Weihnachtsfeiern, das recht locker sitzende Weihnachtsgeld und die um diese Jahreszeit vorherrschend barmherzigen Gefühle meiner Mitmenschen bewirken, dass mein Verdienst auf eine neue Rekordmarke schnellt. Seien Sie bloß vorsichtig, Junge, man, es ist glatt draußen. Ach, wirklich? Tja, man kann das zwar kaum sehen, aber ich wäre eben beinahe ausgerutscht. Die Tipps meiner Fahrgäste versetzen mich immer wieder in Erstaunen. Und warum müssen Sie ausgerechnet heute am Heiligen Abendtag sie fahren? Weil meine fünf Kinder sonst nichts unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden hätten. Ach, dann haben Sie heute Abend schon gefeiert? Nein, meine Familie musste wieder einmal ohne mich feiern. Ach, das ist aber traurig. Ja, seufze ich, besonders für die Kleinen. Das sind zwölf Mark getränkelt. Da der wahre Grund, weshalb ich heute fahren muss, nur für sieben Mark lang und sich gerade mal im Mittelfeld platzieren konnte, gebe ich noch so manch abenteuerliche Geschichte von mir. Viel oder alles hängt allerdings davon ab, wie das Publikum reagiert. So fahre ich eine ältere Dame aus der Spätvorstellung im Michel nach Blankenese. Ihr Gehabe lässt mich zur Höchstform auflaufen. Vor mir steht wieder mal so ein Weihnachtsmann aus Pinneberg, der meint auf die göttliche Eingebung warten zu müssen, um endlich losfahren zu können, obwohl die Ampel bereits auf grün steht. Als ich wohl etwas zu laut vor mich hinschimpfe, »Mein Gott, nun fahr endlich los, du Depp!« meldet sich erbost eine Stimme aus dem Hintergrund. »So schnell rufen Sie Gott an?« »Hä?« »Na, Sie halten wohl nicht viel von Gott und Weihnachten, wie?« »Ähm... »Na, ja, schon seit vier Jahren nicht mehr.« »Wieso denn seit vier Jahren nicht mehr?« »Eine interessante Frage. Was könnte der Grund sein? Ich beginne vorsichtig. Nun ja, also vor vier Jahren, da hatten, äh... Was kann da bloß gewesen sein? Also vor vier Jahren, da hatten meine Eltern einen Autounfall. Das klingt doch schon ganz vielversprechend, oder?« »Och!« Oma sammelt sich im Fond und scheint von nun an auf das Schlimmste gefasst zu sein, bevor sie nachhakt. »Und?« »Wie und?« »Ich stelle mich dumm, um sie ein wenig schmoren zu lassen.« »Na, ja, ich meine, Ihre Eltern ist doch hoffentlich nichts allzu Schlimmes passiert, oder?« »Na, ja, was soll ich Ihnen sagen?« »Beide tot!« »Ach, wie furchtbar!« Sollste es von der Rückbank herüber. Tja, und das Ganze geschah eben auch noch auf dem heiligen Abend. »Ach, wie schrecklich, na, dann kann ich aber auch verstehen.« »Was können Sie verstehen?« »Na ja, dass Sie Ihren Glauben verlor...« Oma verschlägt es bei einem für sie offenbar ketzerischen Gedanken, die Sprache. »Dass ich was?« Hake ich nach. Also, dass Sie zumindest in Ihrem Glauben erschüttert worden sind. Gott wollte Sie bestimmt nur prüfen. Also, in der Beziehung habe ich Christen nie verstanden. Geht etwas gut? Ist es allein von Gottes Gnaden geschehen? Geht etwas schief? Will Gott jemanden prüfen? Ich setze noch einen drauf. Naja, das ist ja noch nicht mal alles. Das waren nämlich gar nicht meine leiblichen Eltern, das waren nur meine Pflegeeltern. Mich muss der Teufel reiten. Oma ist mittlerweile mit den Nerven am Ende und kämpft mit den Tränen. Doch ihre Neugier lässt ihr einfach keine Ruhe. Und was ist mit Ihren leiblichen Eltern? Ich steigere mich behutsam. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. »Nein!« kreicht es aus dem Fond. »Na ja, und mein Vater?« »Gott habe ihn selig!« Da quetsche ich mit tiefbetrübter Stimme hervor und atme danach erst einmal tief durch, was die alte Dame als meinen Kampf mit den Seelenqualen missdeutet. »Lassen Sie ihn nur, wenn es Ihnen zu schwer fällt. Müssen Sie nicht unbedingt weitererzählen!« Der Turmfall ist unbedingt, lässt mir sämtliche Optionen offen. Also nutze ich die Zeit, um mir einen möglichst starken Abgang für meinen Vater zu überlegen. Es soll etwas Totschickes sein. Und richtig, nur 200 Meter, nachdem wir den Anlager Teufelsbrück passiert hatten, meldet sich erneut die Stimme aus dem Hintergrund. »Wie alt waren Sie denn, als Ihr Vater starb?« »Hä? Wie alt? Jetzt hat sie mich gerade erwischt. So weit hatte ich noch gar nicht gedacht, geschweige denn gerechnet.« »Fünf!« schlage ich schließlich beim Anblick meiner rechten Hand vor. »Fünf Jahre! Mein Gott, wie schrecklich!« »Ja, das Gott, das hat geschehen lassen.« »Wie hat denn der Herr Ihren Vater zu sich genommen?« »Nur mal langsam, nicht so drängeln, nee, Frau.« »Genau bei diesem Gedanken haben Sie mich nämlich eben unterbrochen.« »Also, Moment, jetzt habe ich es wieder.« »Der Stichwort war unser erster Familienurlaub.« »Auf Borkum! Auf Borkum!« »Naja, nicht direkt auf Borkum, bevor Borkum!« »Er wollte meine beiden kleinen Schwesterchen von ihm ertrinken retten.« »Zwei kleine Schwesterchen!« »Mein Gott, wie furchtbar!« »Ja, zwei furchtbar kleine Schwesterchen«, wimmere ich und verkneife mir zu sagen, dass zwei große Schwesterchen noch furchtbarer sein können.« »Und?« »Kurz und Schmerzschluss hole ich zum letzten Schlag aus.« »Alle tot!« »Was soll ich sagen?« »Statt 26,40 Mark gab es sage und schreibe einen 50er.« »Mit die doof ist Gott«, hieß es schon immer bei uns zu Hause. »Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ein Corona-freies 2021.« »Tschüss!« »Tschüss!«